Weißt du noch früher auf der Universität? Immer wenn wir zwischendurch etwas Hunger hatten, hast du uns Blenis gemacht. Mit dicke Hefe und viel, viel saure Sahne. Die waren grauenhaft. Milchschnitte mit viel frischer Milch gemacht. Die Zwischenmahlzeit von heute. Schmeckt leicht und belastet nicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017